Musik Hallo liebe Freunde und willkommen zurück bei The Witcher 3 Ja, die nächste Waffenschwester Diesmal würde ich mal so sagen Triss Triss aus Novigrad Ja, die hat aber noch ein kleines Problem vor Und das würde ich gerne Abfrühstücken Mal gucken, was das ist Deswegen wollen wir uns mal kurz mit ihm unterhalten Ja, Gerald? Worum geht es? Ich habe eine seltsame Nachricht erhalten Ich weiß nicht, was ich davon halten soll Von wem ist sie denn? Ingrid Wegelboots Diener hat sie gebracht Offenbar ist Herrn Wegelboot bereit, eine großzügige Summe zu spenden Sie will Magiern helfen, aus Novigrad zu entkommen Das wird kaum ein Akt der Selbstlosigkeit sein Da hast du recht Und genau das ist mein Problem Sie will einen Gefallen Leider stehen keine Einzelheiten im Brief Ich soll den Diener auf dem Fischmarkt treffen Er muss es mir angeblich persönlich erklären Aber in diesen Zeiten ist schwer zu sagen, ob es eine gute Idee ist, da hinzugehen Das gefällt mir überhaupt nicht Aber du scheinst entschlossen Ich lasse dich das nicht alleine machen Ich danke dir Der Diener Wie sollst du mit ihm Kontakt aufnehmen? Angeblich erkenne ich ihn Er trägt eine blaue Tunika und zahlreiche Schlüssel am Gürtel Ich soll ihn nach seinem Forellenpreis fragen Wer hatte denn diese Idee? Der Diener oder Wegelboot? Ingrid wette ich Adlige Damen haben viel mehr Zeit, Abenteuergeschichten zu lesen als ihre Diener Es wird wohl besser sein, dass ich mit dem mysteriösen Mann in Blau rede Er erwartet aber mich Du wartest in der Nähe Ich überzeuge mich, dass die Nachricht nicht von den Hexenjägern kam Dann kommst du Gut, treffen wir uns dort Okay, Triss Wo müssen wir jetzt hin? Erstmal kurz die Quest Anwählen Okay Schon erledigt Runter geht's Ach, hier kommen wir nicht raus Aber dort Ausgeburt der Hölle Ach Die Hurensöhne Tag Leute Na, wie geht's euch? Alles gut bei euch? Legt euch mal wieder eine Runde hin Jo So ist das richtig Ah Bei den Titten einer Mittagserschein Jede Menge blauer Jacken. Interessant. Okay, er trägt eine blaue Tunika. Seht mal! Ein Stoff aus dem fernen Süden, den es sonst nirgendwo gibt. Wie weit aus dem Süden kommt der Stoff? Ja? Das wird er wohl sein, oder nicht? Weißt du, wo ich den besten Forellenpreis kriege? Vielleicht, aber mit jemandem wie dir habe ich nicht gerechnet, Herr. Solltest du mit dem Empfänger des Briefs reden wollen, werde ich anwesend sein. Die Vorsicht würde gebieten... Die Vorsicht gebietet jetzt nicht zu streiten. Glaub mir. Ich habe wohl keine Wahl. Komm mit. Okay, los geht's. Haben wir ja relativ schnell gefunden, würde ich sagen. Es ist nicht weit. Warum? Wipfen in all der Wustung. Was geht dich das an? Willst du nicht lieber auf mir schwitzen? Das ist... Hilf mir! Bitte überlassen! Da fehlt noch einer. Hallo. Danke dir. Gehen wir. Kein Problem. Weiter, los. Was wollten die von dir? Weiß nicht. Ich habe sie noch nie gesehen. Vielleicht... Also... Neulich hat jemand versucht, unsere Boten auszufragen. Über den jungen Grafen. Warte mal. Wo ist die Herrin Merigold? Du solltest doch alleine kommen, Herrin. Wäre er nicht gewesen, hätten die drei dich zum Verhör mitgenommen. Der Große war Waldo Muris. Der arbeitet für die Hexenjäger. Ja, du hast sicher recht, Herrin. Es war einfach nicht, was ich erwartet hatte. Der Herrin Wegelboot. Also, worum geht es hier? Bitte deutlich. Um den Sohn der Herrin Wegelboot. Er ist das Problem. Meister Albert interessiert sich für Alchemie. Die Tempelwache hat Wind davon bekommen. Um die Wache würde ich mir keine Sorgen machen. Aber die Hexenjäger haben versucht, dich zu schnappen. Also ist Albert wohl in ernster Gefahr. Ja, die Wache wurde von Herrn Wegelboot bestochen. Aber da die Hexenjäger für jeden denunzierten Magier bezahlen, hat die Wache von einer Familie in Angst Geld genommen und den Jägern dann trotzdem Bescheid gesagt. Albert sollte wohl so schnell wie möglich verschwinden. Das kann ich einrichten. Meinst du, der junge Wegelboot kommt unbemerkt aus dem Haus? So einfach ist das leider nicht. Meister Albert versteckt sich auf dem Landsitz der Wegelboots. Herrin Ingrid ist der Auffassung, dass sie ihn heimlich fortbringen kann. Sie will einen großen Maskenball geben. Und ich soll teilnehmen und ihm bei der Flucht helfen? Genau. Ohne dich geht es nicht. Die Herrin Wegelboot fürchtet, dass das Personal beobachtet wird. Das ist eine gute Idee. So eine protzige Feier lenkt die Jäger ab. Ja, wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was ich über die Bälle der Wegelboots gehört habe. Angeblich wurden auf dem letzten 100 verschiedene Nachspeisen serviert. Und es gab von der Abenddämmerung bis morgens Feuerwerk. Aber jetzt zu Kriegszeiten hat die Herrin angeordnet, nur 85 Nachspeisen zu servieren. Diesmal gibt es keine kandierten Blätter von blauen Rosen aus Nazair. Die sind jetzt furchtbar schwer zu kriegen. Ach, ich würde das alles so gerne sehen. Hoffentlich müssen wir nicht bis zum Schluss bleiben. Heißt das, du kommst mit? Natürlich. Ich werde dich doch nicht allein in die Höhle des Löwens schicken. Überleg doch nur. 85 Nachspeisen. Während du versuchst, einen Taillenumfang von zwei Spannen zu behalten. Geralt, bitte. Wie kommen wir denn in den Landsitz hinein? Hier, die Einladung. Die Wache am Tor hilft dir dann weiter. Leg bitte eine Fuchsmaske an, ja? Viel Glück. Ja, wir können auch los, ne? Oder? Meinst du, wir können direkt dorthin gehen? Machst du Witze? Wir müssen uns vorbereiten, umziehen. Vor allem müssen wir Masken besorgen. In Elihals Laden bekommst du sicher alles, was wir brauchen. Kennst du den? Ich war schon mal dort. Elihal ist mit Rittersporn befreundet. Nur Masken, ja? Ja, ein Wams werde ich ja wohl nicht tragen müssen. Natürlich ein Wams, Geralt. Und keine Diskussion. Kümmere dich darum und dann komm zu mir. Oh, nee. Eine Fuchsmaske hab ich doch, oder nicht? Hab ich die doch nicht? Hä? Oder hab ich die im Lager? Ich hab keine Ahnung. Na, dann gehen wir jetzt einfach mal los. Elihal, wie der wieder heißt. Ach, ja. Das war doch die... Äh... Die oder derjenige, ne? Glaube ich, ne? Der anders war, als erschien oder so? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also... Und Zwerg. Oh! Oh, Dornröschen. Also geht's auf den Maskenball, oder wie? Guten Tag. Hallo. Willst du vielleicht meine Frühjahrskollektion sehen? Ich würde gerne mal einen Blick auf dein Angebot werfen. Natürlich, bitte. Sollte etwas kneifen oder scheuern, ändere ich es sofort und ohne Aufpreis. Wenn ich damit fertig bin, fühlt es sich an, als trügest du gar nichts. Aha. Da ist die, äh, Fuchsmaske, oder welche? Welche soll man nehmen? Das ist die Wolfsmaske, ja, gut. Äh, das ist die Fuchsmaske von Triss. Gut, die kaufen wir. Ich nehme mir die auch nochmal mit. Ein Wams, ja. Hm. Nö. Das ist mir zu teuer. Ne, da gehen wir ohnehin. Aber die Masken haben wir. Bis dann. Super. Also, wir haben jetzt die Fuchsmaske. Die hätte sich auch Triss gerne mal selber kaufen können. Und da können wir, glaube ich, los zu dem Ball, ne? Ich hoffe zumindest, dass das alles war. Ich hoffe, die hat sich jetzt auch ordentlich geschminkt, oder was weiß ich, oder wie auch immer, ey. Hauptsache, wir kommen dann da mal zeitig hin hier. Weil Geralt hat schon Hunger. Der will vom Buffet naschen. Das stimmt ja. Das stimmt ja. So wie Experimente in die Kanonis mit diesem Friesen fließt der Größte auf. Ich bin gelaufen. Ich habe mich um meine eigene eigene Vater. Hallo, mein Bitte. Hilfe. Rette mich. Ich starb. Gib uns einen Kumpel. Er hat es sich bequem gemacht. Deine ganzen Fußbüden sind voller Schlang. Vielleicht. So, Triss, deine Maske ist da. Aber dann können wir hoffentlich los, ey. Wo ist sie denn? Oh, uh. Uhlala. Frau Marigold. Ist doch Gerald bestimmt gleich... Und? Da ist doch Gerald wieder verliebt, bestimmt wieder, ne? Nichts, du siehst gut aus, wenn du aufgeregt bist. Hast du alles gekriegt? Alles ist fertig. Wir können gehen. Nur schade, dass du dich nicht schick gemacht hast, wie ich dich gebeten habe. Hast du mich wirklich in Spitzenkragen und mit Rüschen an der Hose erwartet? Du würdest sogar in Krinolinen gut aussehen. Ich will gar nicht erst wissen, was das ist. Fürs Erste musst du mit Wasser und Hexer vorlieb nehmen. Also dann. Gehen wir? Wir tragen die Wolfsmaske. Die passt ja zu Gerald. Der Grau Wolf. Wow, Wegelbuth-Anwesen. Da war ich noch gar nicht, oder? Doch, da war ich schon. Natürlich war ich da schon mal. Ist doch gleich in der Nähe von Vernon Roche. Guten Tag, Herr, Herrin. Wir sind Gäste von Herrn Ingrid Wegelbuth. Die Einladung, bitte. Alles in Ordnung. Ihr findet die Herren Wegelbuth im Hof des Anwesens. Sucht nach einer Papageienmaske. Eins noch. Lasst bitte eure Schwerter hier. Das muss wohl ein Irrtum sein. Du weißt, warum wir hier sind, oder? Natürlich. Aber ich habe den Auftrag, dafür zu sorgen, dass die Gäste das Anwesen unbewaffnet betreten. Verdammt. Ich wünsche einen angenehmen Abend. Hm. Es ist schön hier. Gerade ohne Sachen. Oh, Mann. Sieh zu, Triss. Na, na. Nun wein doch nicht. Er ist doch nicht der einzige Mann. Wo will die denn hin? Nun tu nicht so, als ob du mich nicht kennst. Hä? Jetzt der vorige scheint mir. Ein hinfälliger Moster-Sack. Je weniger sie können, desto mehr lassen sie wohl springen. Du wolltest es nicht anders. Wir sollten doch keine Aufmerksamkeit erregen. Was? Ist doch nichts passiert. Ist doch nichts passiert? Stimmt. Würde ich auch so sehen. Sieh zu, dass du alleine gewinnst hier, Young. Okay, weiter geht's. Oh. Dem geht's nicht mehr so gut. Weiter geht's. Los. Hoch hier. Moritz, was machst du denn hier? Die kleine Merigold. Na, sowas. Und ich dachte, das hier wäre eine Veranstaltung mit Klasse. Ja, du hast mir auch gefehlt. Aber können wir das jetzt lassen? Kommst du aus Novigrad raus? Du kannst dich uns anschließen, wenn du willst. Mich euch anschließen? Und wer wäre das wohl? Unter anderem deine Freunde. Sobald alle versammelt sind, führe ich euch. Du führst? Vergib mir, Merigold. Aber da kann ich mich ja gleich von einer lahmen Ente führen lassen. Mach's gut. Kam wohl nicht so gut an. Wer war das? Er ist ein alter Freund. Moritz Diefentil. Ich erzähl dir die Geschichte ein andermal. Hm. Hat nicht viel gebracht. Wir müssen mal durch. Oh. Sehen wir uns um. So, wo ist sie? Zeit in Rubin jetzt zu investieren. Für einen Rivia regnet es nicht. Wo sind die? Zack. Hier ist keiner. Da ist sie. Das ist der Papagei. Ha. Entschuldigt mich kurz. Du bist... Ja, ich bin es. Die Forellenkundin. Oh ja, natürlich. Entschuldige die Vorsicht, aber... Können wir irgendwo allein sprechen? Vielen Dank für deine Hilfsbereitschaft. Mein Hausdiener hat schon angekündigt, dass du einen... Freund mitbringst. Ich möchte das so wenige wie möglich von Alberts Flucht erfahren, aber... Wenn du diesen Mann traust... Wie keinem sonst. Holen wir Albert. Wo ist er? Er unterhält die Gäste. Auf meinen Empfängen ist er stets überaus präsent. Ich wollte keinen Verdacht erregen. Wann können wir ihn wegbringen? Wenn die Gäste so viel getrunken haben, dass sie nur noch die Tabletts mit den Kelchen wahrnehmen. Keine Bange. Das geht schnell. Woran erkennen wir ihn? Er trägt eine Panther-Maske. Er weiß, dass ihr kommt. Ironischerweise scheint er recht aufgeregt. Ich fürchte, ihm ist nicht klar, in welcher Gefahr er schwebt. Ich sagte ja, besonders helle ist er nicht. Keine Sorge deswegen. Damit passt er zu diversen Magien. Geralt. Wir gehen ihn suchen. Ich warte auf eure Nachricht. Dann wollen wir ihn mal suchen, Leute. Lass uns Albert suchen. Hauptsache, die können ja in der Zwischenzeit schon mal richtig einpicheln. Schon mal gut was trinken hier, die Leute. Und wir gehen mal auf die Suche. Bis zum nächsten Mal.